Also vorab nochmal, ich erzähle mal ein bisschen was zum Hintergrund, zum Thema und stelle dann sozusagen frei, wer da noch Bock drauf hat, weil es ja sozusagen angekündigt wurde als Frickel-Workshop und das ist es jetzt nicht, weil sich einfach im Zuge der Masterarbeit einiges verändert hat und ich brauche jetzt an anderen Punkten Unterstützung und ja, wer da noch Bock drauf hat, dann kann er sitzen und wer nicht, ist auch völlig in Ordnung, wenn er da keinen Bock mehr drauf hat. Okay, im Hintergrund, also ich studiere eigentlich Industrial Design, Transportation Design, verstehe mich selbst aber als Transformation Designer, Social Designer, wer vielleicht davon mal ein bisschen was gehört hat, also ich stelle mal ein paar Projekte vor, damit man sich darunter ungefähr was vorstellen kann. Achso, ja, ich studiere hier in Braunschweig, momentan schreibe ich die Masterarbeit aber mit Bundesamt in Dessau. Komm, noch rein. Gerade ist angefangen. Genau. So, in der Masterarbeit, also wir machen so Sachen wie zum Beispiel für VW Zukunftsforschung, das heißt, letztens haben wir irgendwie Lebenswerte statt 2030 uns überlegt und dann halt so ein intermodales Verkehrssystem entwickelt. Machen wir. Oder zum Beispiel zum Thema Social Design, das ist Travelgate, das ist ein Projekt von mir. Das ist praktisch ein Zeichen, mit dem man sich gegenseitig erkennt von Leuten, die auch gerne reisen und sich dann gegenseitig Tipps austauschen kann, wenn man sich in der Stadt sieht. Egal, ob man in der Stadt heimisch ist oder zu Besuch, also eine Art Community. Und Streuobst war auch ein Projekt jetzt von der Summer School, praktisch für Dessau gewesen. Dort war halt ein unheimlich großes Streuobstaufkommen. Und die Stadtbürger, die haben sich immer selbst versorgt sozusagen und die Studenten dort eben gar nicht. Also die wissen überhaupt nicht, was sie da überhaupt haben an Goldschatz, an Obst und so weiter. Und dann haben wir jetzt so ein Mobil entwickelt, was sozusagen die Selbstversorgung bestärken sollte, indem die Studenten damit halt rumfahren können, die in die Strebergärten gärten und sich von den Leuten halt praktisch Obst tun, weil die halt so viel Obst haben, weil die Streuobstwiesen da riesig sind und die Gärten sind riesig. Und die Leute wissen gar nicht mehr, wohin mit dem Obst, weil halt gar nicht mehr so viele Leute dort wohnen. Genau, und das ist halt, versteht man so unter Social Design. Das heißt, man bringt halt noch ein Element in das bestehende System, um das sozusagen wieder zum Funktionieren zu bringen oder um eine Funktion zu erweitern. Und das ist das, was ich eigentlich so mache. Also, ja, hat also mit dem Hacken oder so jetzt gar nicht so groß was zu tun. Je nachdem, in welchem Kontext man das betrachtet. Genau, zur Masterarbeit. Also das Thema, geht's denn? Okay. Können wir die mal runter machen? Okay, also Thema der Masterarbeit heißt nachhaltige Konsummuster. Große Mendenstrategien zur Reduktion der geplanten Obsolistenz. So, genau. Die schreibe ich halt hier in der HBK und in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Ich weiß nicht, ob euch das geläufig ist, das Umweltbundesamt. Ist halt eine Behörde und betreibt Forschung, ja. Hat Ökologen und auch ein paar Soziologen. Da sitzen und es sind halt ein paar tausend Menschen. Genau. So, zur geplanten Obsolistenz. Ich erstmal, wer es nicht kennt, geplante Obsolistenz ist der geplante Verschleiß. Ich habe mich jetzt auf Elektroteile konzentriert, deswegen halt auch der Vortrag und der Workshop hier. In dem Rahmen habe ich mich jetzt auch nochmal im Zuge der Masterarbeit auf Mobiltelefon konzentriert. Und mich da aber gar nicht so sehr auf das Geplante sozusagen abzielen, sozusagen. Weil das ist, ja, also im Umweltbundesamt sagt man, das wäre sozusagen, man würde den Herstellern sozusagen, wie sagt man, vorwerfen, sie würden das mit Absicht machen. Ist jetzt dahingestellt, ob es so ist oder nicht. Ja, aber das Thema kann man trotzdem bearbeiten, ja. Und zwar noch in anderer Sicht, aber das ist nochmal. Erstmal, also recycelt werden, weggeschmissen in Telefonen, von nicht mehr gebrauchten Telefonen. Nur 25 Prozent der Reaktion. Und ein spannender Film. Ich habe mich auch maßgeblich inspiriert zu dem Thema überhaupt, auch umweltpolitisch mehr zu agieren. Genau, und auf dem Film werden halt viele Szenen gezeigt, wo der Elektroschrott eigentlich landet. Und das war das Bild hier in Afrika. Und der Großteil mit Elektroschrott durch ankommen, weil es halt für die Firmen einfach günstiger ist, die Containerweise dorthin zu schicken, sozusagen. Und es sieht dann wirklich so aus, dass die Jugendlichen und Kinder dort die Elektrogeräte, dann das Plastik verbrennen, ja, die ganze Zeit und so, auch einatmen, nur um dann das Edelmetall daraus zu bekommen. Also das war sozusagen damit. Und das war halt die größte Motivation, das überhaupt zu machen. Um das Thema anzugehen und etwas dagegen zu tun, dass die Geräte echt nur noch ein oder zwei Jahre behalten werden. Genau. Hier nochmal eine kleine Statistik. Habe ich mir von iFixit geklaut, wer die Plattform kennt. Also ich kann mir vorstellen, dass hier in dem Rahmen einige die kennen. Kennt jemand iFixit? Super. Genau. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung, dass ihr die kennt. Ja, wer die nicht kennt, dort gibt es praktisch Anleitungen zum Geräte reparieren mit Videoanleitungen und so weiter für Telefone, für alle möglichen Sachen eigentlich, ne? Genau. Ja, und da wird halt auch propagiert, dass man Sachen auch wirklich noch reparieren kann, ganz im Gegenzug zu dem, was ich jetzt auch in Interviews rausbekommen habe mit Herstellern, mit Dienstleistern, die alle sagen, nee, geht gar nicht, die Leute sollten die Finger davon lassen, da geht eher mal kaputt, als dass man was repariert. Aber das Thema wollen wir wirklich heute auch bearbeiten. So, psychische Obsoleszenz, mit der habe ich mich dann auch im Zuge auseinandergesetzt. Einfach habe ich festgestellt in den Interviews, dass die Geräte nicht unbedingt nach zwei Jahren kaputt gehen, sondern dass die Leute sich einfach nach zwei Jahren das Telefon kaufen. Einerseits, die einfach zweijährig erneuert werden, man dann halt ein neues Telefon bekommt. Andererseits natürlich auch, weil man die neuere Technik haben möchte, auf dem neuesten Stand der Technik sein möchte. Und das ist natürlich auch eine große Frage, was kann man da eigentlich tun, ne? Also, wie steht es um die Kompatibilität, sag ich mal, neuer Apps, alte Geräte und so weiter? Ja, das ist auch ein Problemfeld, was wir uns nachher mal vornehmen könnten. Genau, das Thema, also ich habe zehn Menschen interviewt, normale Endverbraucher, die waren acht ohne Verbrauchungsvertrag, das heißt, die Telefone auch ein bisschen länger behalten können, vier Jahre so ungefähr. Genau. Dort seht ihr immer Interviewbeiträge sozusagen, Sachen, die Leute gesagt haben, wenn ihr Bock habt, nebenbei ein bisschen lesen. Genau, tatsächlich haben sich 40 Prozent der Leute angegeben, dass sie das Handy dann zwar nach mehrmaligem, nach mehreren Fehlern sozusagen im Gerät, aber auch, weil sie die neuere Technik haben wollten, sozusagen das Gerät erneuert haben. Genau. Und ja, also gerade Service-Dienstleister oder von Mobiltelefonen, solche Leute sind natürlich, also der eine sagt 95 Prozent, der andere sagt 99 Prozent, das sind natürlich persönliche Werte, die die Leute abgeben, das ist überhaupt nicht statistisch besiegelt oder so, aber die Vertragsleute sagen natürlich, dass sie nach zwei Jahren, weil sie das Handy haben wollen und nicht, weil sie kaputt gegangen sind, aber da wären wir ja schon wieder beim Thema Vorwurf und geplant. Naja. Zur technischen Obsoleszenz, also der, ja, das kann man ja gut nachweisen, wenn es kaputt gegangen ist, ja, viele Telefone sind an ähnlichen Stellen kaputt gegangen bei den Leuten. Also solche Sachen, ja, das passiert recht vielen Leuten, es fällt auch vielen Leuten tatsächlich mal in irgendwelche Flüssigkeiten, ja, passiert. Ich weiß, dass es zufälligerweise sehr viele Handys kaputt gehen, wenn ein neues iPhone rauskommt. Ach. Ja. Also die Umweisung, das wird sich vermiesen, dass es rauskommt, wenn es sehr viele Handys zufälligerweise dann kaputt geht. Ach, das finde ich gut, okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Okay. Also ich habe hier praktisch nur das, was ich aus den persönlichen Interviews auswerten kann und jetzt erstmal keine Statistiken. Genau. Also von denen, die wir gesagt haben, haben aber auch 80% der Leute gesagt, sie hatten Defekte und das waren zwei Defekte. Meistens war es irgendwas am Mikrofon oder so oder die konnten es einfach nicht hochfahren, das ist echt vielen Leuten passiert, Vertragshändler viel erzählt irgendwie, dass die das Handy einfach nicht mehr hochfahren können. Und dann sind normale Endnutzer, also ich gebe, also überhaupt die Perspektive, die ich jetzt einnehme, sind normale Endnutzer sozusagen. Deswegen wende ich mich auch an euch, ja, in der Hoffnung, dass ihr ein bisschen mehr technisches Know-how habt als ich. Ich habe tatsächlich sogar fast eine Aversion gegen Technik und will jetzt hier irgendwas gegen das Thema angehen, ja. Ist aber wichtig. Also es ist wichtig, dass das Thema jemanden gibt für Endnutzer, die ganz normal sind, also die überhaupt keine Ahnung haben von Technik, ja, aber dass sie ihr Gerät selber auch mal in Stand setzen können sozusagen. Aber dann braucht man immer zwei Komponenten. Einmal die Sicht von jemandem, der darauf achten muss, dass es umsetzbar ist für Leute, die eben keine Ahnung haben und einmal die Sicht von technisch affinen Leuten, die sagen, ja, das kannst du machen, das kannst du machen, hier gibt es Möglichkeiten. Und ich hoffe, das können wir heute auch bearbeiten hier. Also 80 Prozent haben gesagt, es kann passieren. Von denen haben auch nochmal 90 Prozent versucht, es zu reparieren, tatsächlich. Also es ist nicht so, dass jeder das gleich in die Ecke wirft und sagt, ach, scheiße, geht nicht, ich hole mir ein neues. Die Leute probieren es natürlich erst mal. Also nicht die mit Erneuerungsvertrag, weil die kriegen ja eh ein neues. Und das steht ihnen ja zu, wenn es kaputt ist und so weiter. Aber die Leute, die dafür echt mal versuchen, es zu reparieren. Genau. Ja. Und die haben auch Angst, was sie zu machen. Also Angst spielt hier echt eine Rolle. Okay. Ziele des Workshops heute, wir sind echt ein bisschen viele. Mal gucken, wie das heute jetzt klappt. Ich improvisiere einfach mal. Also Ziel ist es auf jeden Fall, die Nutzungsdauer zu verlängern von Mobiltelefonen. Also von zwei Jahren auf vier oder was weiß ich. Einfach dadurch, dass die Leute selber instand halten können. Also großes Problem ist, dass keine Instandhaltungskompetenz mehr vorliegt bei den Leuten. Es wird auch über die Medien überhaupt nicht so geredet. Ihr könnt eure Geräte auch instand halten. Es wird immer nur suggeriert, kauft ihr doch gleich ein neues. Ach, wieso hast du denn noch dein altes? Und ja, dazu sollen halt einfach Konzepte gefunden werden. Wie kann man das schaffen? Und ich habe natürlich schon mal ein paar Problemchen zusammengelegt. Woran es hapert bei den Leuten? Also warum sie es nicht selbst instand halten können? Genau. Der Fahrplan. Also auf der Seite steht, was ich vorhabe und warum ich es nicht mache. Aber darauf gehe ich jetzt mal nicht. Ich erzähle jetzt mal, was wir heute machen. Und zwar, ich stelle euch zwei Nutzerprofile vor. Einmal von einer, also das ist keine echte Person sozusagen, sind keine zwei echten Personen, sind aber Statements von tatsächlichen Personen. Also so ein bisschen zusammengewürfelt konnte ich halt so zwei Typen reisen. Also einmal technisch affin, dann Leute, die eigentlich Potenzial haben, technisch affin zu sein. Also die auch reparieren würden, aber denen fehlen die Kompetenzen. Und dann Leute, die absolut kein Gerät haben, was sie am Gerät haben sozusagen. Und die Technikaffine habe ich jetzt, halten die auch zehn Jahre. Also deren, aber deren Probleme muss man nicht lösen. Ja, ich würde sagen. Also es gibt genug Technikaffine, die es auch aufgegeben haben. Ja. Ich weiß von meinem Onkel, der hat vor 15 Jahren noch reingweise Fernseher repariert, weil damals gab es für jedes Gerät noch einen Bauplan und man konnte einfach ein bisschen was mitnehmen. Ja, das ist auch ein Problem. Und spätestens seitdem man überall TFTs hat, funktioniert das einfach nicht mehr. Also der würde seinen eigenen Kran sehr wegschmeißen, wenn da jetzt irgendwas kaputt ist. Und hat vorher halt welche vom Stock geholt und die mir da flopp gemacht. Der andere Punkt ist halt auch, ich muss nur noch eben gewohnt sich das. Ja, ich will jetzt mal rechnen. Ich verdiene pro Stunde Euro X. Ich stecke drei Stunden Arbeit, rein das Gerät zu reparieren. Das kostet mich dann so noch viel Geld. Wenn ich es auf Geld umrechne, wie viel Geld kostet das Gerät, wenn ich das Gerät kaufe? Wups, ich gehe einkaufen. Ja. Ich habe ja selbst in der Werkstatt mit Geräte und finde ich jetzt vielleicht freuen, als Hersteller die Kraftung, die man da hat, wenn man so Geräte übernimmt. Die Garantie, die man dann einfach wieder geben muss. Und ich selbst als Fachmann weiß nicht immer, wenn ich jetzt irgendwas übernimmt, habe ich eine Einzugsrolle getauscht, Einzug funktioniert wieder. Soll ich auch spät, ist die Heizung kaputt. Das sagt der Kunde, seitdem die da dran war, ist die Heizung und der Hetzung nicht mehr, der fixiert nicht mehr, das ist kaputt. Ja. Das spielt Selbstkampfverzeug auch mehr übernimmt, wird jetzt Garantien. Das ist als Fachwändler, natürlich auch in einer echt schwierigen Situation. Ist es auf jeden Fall. Auch die Haftung in der Form, dass man jetzt, was ich finde, in der elektrische Führung oder sowas drin ist, oder danach auftaucht, ist da sofort wieder mehr Haftung drin. Das ist für denjenigen, der es übernimmt, im Fachwandel, auch in einer echt schwierigen Situation, das sagt man auch wieder, komm, schweiß weg. Ja. Der Kollege schon sagte, wenn ich die Arbeitszeit rechne, wenn ich jetzt 100 Euro pro Stunde habe, bin ich Tintenstrahler einfach barrieren. Also ich habe es ja dann gesagt, wo die Tintenstrahler noch mit Freude waren, so gab das, ich habe unsere Tintenstrahler barriert, war so ungefähr, hat 50 Euro gekostet, die Temperatur. Tintenstrahler hat damals 150 Euro gekostet, aber erst nach der Temperatur konnte ich feststellen, dass die Patronen leer waren. Und dann sage ich, genau, das ist bekloppt. Ist das 50 Euro, wir haben jetzt noch früher 100 Euro Patronen reinstecken? Ja, schwierig, ja. Aber also, das sind halt auch Kontexte, ich glaube, ich konzentriere mich definitiv für normale Kontexte, normale Änderungen. Ansonsten würde ich gerne erstmal kurz sagen, was wir heute machen, und dann können wir wirklich zu den Wortbeiträgen gehen, gerne. Es ist klar, dass es als Fachlechter schwierige Sachen zu reparieren, genau aus dem Grunde. Deswegen ist es ganz gut, dass es da jetzt einfach gerade so diese Bewegung mit so Rekalkafés und Geräte ist, da wird nicht repariert werden können von jemandem, der dann auch gleich sagt, ich helfe dabei, das zu reparieren, ich helfe dabei, die Ersatzteile zu kriegen, oder auch irgendwelche technischen Dokumente aufzutragen, die man nur schwer googeln kann und so. Ich übernehme aber keine Garantie, sondern wir versuchen, das wieder vorzukriegen, gerade bei dem Beispiel Fernseher, es ist ja so, der Fachlechter oder der Servicepartner, der würde den kompletten Bildschirm austauschen, dann wäre es günstiger, einen neuen Fernseher zu kaufen. Meistens ist aber reich der TOT kaputt, sondern nur die Läute von der Leuchttung. Und das ist was, das kriege ich so für 5 Euro wieder hin. Also, klar macht das sehr herrlich, weil der hat seinen Markungshandbuch, und da steht irgendwie der Bildschirm kaputt, das tausende Bildschirm aus. Aber das ist halt einfach nicht das, was man machen würde, weil das nicht sinnvoll wäre. Ja, danke. Ich kann mir gleich zusprechen auf jeden Fall. Das unterstützt auf jeden Fall meine These. Und es ist ein Verhandlungsbereich, wenn du sozusagen mit Leuten zusammenarbeitest, die ihre eigenen Geräte reparieren. Dann werden solche Fragen gar nicht aufkommen. Ist es Haftung oder was? Ist es mein eigenes Gerät? Haftung ist schon länger, ja, gar nicht längst abgelaufen. Solche Sachen auch auseinandersetzen. Sonst ist man nicht in einem konflikt. Und auch so, in so einem Thema möchte ich jetzt echt nicht arbeiten. Da kommst du ja nicht weiter, ja, in vier Monaten. Also, ja, ja, so, scheiße, jetzt war ich noch gar nicht fertig. Also, heute, ich stelle euch zwei Nutzer. Dann eine Vorabstrategie meinerseits. Und dann stelle ich euch einfach Probleme vor. Und wir machen so einen Ideenpool und bewerten das danach dann auch sozusagen. Also gerne, dann kommen die Wortbeiträge. Wir schreiben alles auf und werten das dann auch aus. Das ist einfach, man muss ja ein bisschen strategisch vorgehen. Sonst kommt da nur Wirrwabal raus. Genau, und am Tag zwei, wer dann wieder Lust hat mitzumachen, würde ich mich freuen. Da entwickle ich dann aus dem Gesagten so ein paar Konzepte. Und die werden dann halt so ein bisschen auf, wie sagt man, Herz und Nieren. Na ja, werden dann geprüft. Und die funktionieren auch im Kontext normaler Endnutzer. Was nicht zu vergessen ist. Ja, also so ein bisschen der Realität-Check. Okay, meine Strategie. Ist eigentlich klar, behalten statt Neukauf. Genau, hier haben wir mal kurz einen Wortbeitrag von einer Userin von iFixit, die einfach nur kurz gesagt hat, was viele Repair-Cafés ja auch irgendwo verkürzt haben. Einfach, lass dir von keinem ein Gerät irgendwie, das nicht mehr wert ist, es zu reparieren. Nee, repariere es einfach. Das verkörpert auch so ein bisschen, was ich jetzt hier implementieren möchte. Okay. So, Auswertung. Also, Barrieren der Langlebigkeit, ich denke mal, da findet sich der eine oder andere auch in den Wortbeiträgen wieder. Oh, das Blau sieht man ja so bi. Also, herstellerbedingt möchte ich mich jetzt eigentlich nicht so gerne konzentrieren, weil die Probleme kann ich jetzt nicht in so kurzer Zeit lösen, wenn man da überhaupt irgendwas machen kann. Mal gucken. Ja, kurze Innovationszyklen kann man bestimmt über soziale Innovationszyklen einflussen, dass es dann gestärkt wird. Die Hersteller dann sind auch unreparierbarer, sozusagen. Und das hat dann in den Innovationszyklen geschaffen. Also, die Prozessoren sind immer schneller weitergekommen. Hier gehen wir mal zu den Anwenderpunkten über einfach so Sachen löten, trauen sich viel zu. Wenn man einfach einen Wirkstum zu geben, ja, also trauen sich Sachen einfach nicht anzupacken, dabei sind die vielleicht Wo recherchiere ich jetzt? Wie kann ich das Problem jetzt lösen? Viele Problemlösungen sind ja schon vorhanden. Aber muss man sich erstmal vorsehen und man muss erstmal die Fehleranalyse hinbekommen, sozusagen. Genau. Und dann halt diese mentalen Probleme. Man hat Angst, etwas kaputt zu machen. Man vertraut sich selbst nicht. Man hat überhaupt keine Ausgaben, überhaupt mit dem Problem auseinanderzusetzen. Das sind halt so Sachen, die ich jetzt rausgefiltert habe, schon hinter mir habe. Und das bezieht sich alles aufs Telefon. So. Nutzerprofil. Also, dann haben wir einmal die erste Person. Die hat, ich nenne sie einfach mal Gundula, damit wir uns immer so ein bisschen an dieser Person festhangeln können, wenn wir gleich in den Ideenpool gehen. Die ist 30 und hat eigentlich keine Zeit, sich irgendwie darum zu kümmern, das Problem an ihrem Telefon jetzt zu reparieren. Sie wäre einfach nur, dass ihr Telefon läuft und nutzt die Anwendungen. Wenn sie Probleme hat, dann gibt es einfach an die Person ihres Vertrauens, also zum Beispiel an ihren Freund weiter. Was hat sie für Probleme? Also, erstens kann sie ihren Fehler überhaupt nicht beschreiben. Sie hat auch keine Ausdauer zu recherchieren, was das jetzt für ein Problem ist überhaupt. Ja, und zur Instandsetzung. Und sie wünscht sich, wenn dann überhaupt, ein Angebot, das so schnell und so leicht zu verhindern ist, dass sie es auch umsetzen kann. Also, schwierige Ausgangssituation, aber die Gundula spiegeln, glaube ich, sehr viele Endnutzer da. Also, es sind sehr viele Endnutzer, die das Problem sofort an die nächste Vertrauensperson weitergeben oder einschicken, obwohl es vielleicht gar nicht irgendein kleiner Kniff nur wäre. Dann gibt es die PIA24, die würde auch mal was reparieren, traut sich aber manchmal nicht. Also, die recherchiert auf jeden Fall erst mal ihr Problem und schaut mal, ob sie es beheben kann. Ja, das ist auf jeden Fall eine Person, die keinen Handy-Erneuerungsvertrag hat und auch nicht so viel Geld. Das heißt, sie hat schon mal eine ökonomische Position und Motivation, das länger sozusagen zu behalten, das Telefon. Ihr Problem ist, sie versteht auf jeden Fall, sie kann manchmal den Fehler gar nicht analysieren. Und sie kommt auch mit dem Fachjargon nicht so gut klar. Genau. Sie würde ihr Telefon gerne mal instand setzen, also einmal komplett platt machen und alles neu drauf, die ganzen Müll-Apps runter. Weiß aber gar nicht, wie sie das hinbekommt und wo es überhaupt Betriebssoftware oder sowas gibt. Ja, solche Sachen. Also, sie wünscht sich auf jeden Fall verständliche Anleitungen, Orientierungshilfen, eine klare Struktur, solche Sachen. Genau. So. Das sind sozusagen zwei Nutzerprofile, die zusammengestellt sind aus Leuten und Wortbeiträgen, die tatsächlich so geleistet wurden. Genau. Und jetzt würde ich gerne, ja, jetzt geht es eigentlich in den Workshop über. Also, wer jetzt Bock hat, den Workshop mitzumachen, bleibt hier, und wer nicht, geht. Okay. Du wirst uns nicht los. Kann ich nur so ziehen. Oh Mann. Okay, gut. Daniel ist jetzt in der Interaktion. Also, der Tisch ist zu klein für uns alle. Aber eigentlich sollte es sich da so ein bisschen in den Tränen und wandeln. Na gut. Okay, wir switchen. Also, ihr gebt Wortbeiträge und ich versuche, das so schnell wie möglich mit aufzuschreiben, einfach hier am Clip-Chat. Genau. Ich lasse die Probleme mal offen. Ja. Ich hätte noch zwei Anmerkungen. Ja, gerne. Also, so eine Folie, Barrieren für das anzugehen, der Angelegenheit. Ja. Genau. Es ist auch zu wenig, warum man das Gerät wertschätzen sollte. Nicht nur, weil es ein Mietgewand ist oder weil ich da meine Daten drauf habe oder sonst was, sondern auch, weil da seltene Erden verbaut sind, weil die unter schlechten Bedingungen hergestellt werden, etc. das heißt, das Bewusstsein über ökologische und soziale Aspekte ist nicht sehr verbreitet. Es wird halt nur aus solchen wirtschaftlichen Situationen betrachtet. Und das ist auch ein Punkt, der bei Nutzerprofilen noch mit reinkommt, möglicherweise, also meine Motivation, ein Gerät weiter zu nutzen, solange ich kann, ich unter anderem diese, dass ich sage, es ist zu schade, wegzuwerfen, weil da drin sind, die nicht auf dem Müll gehören oder die irgendwie recycelt gehören oder die möglichst lange benutzt gehören. Und selbst wenn ich es irgendwie, wenn ich zum Beispiel ein neues Gerät brauche, weil ich mehr Leistung brauche und die Leistung in mir reicht, ist es mir wichtig, dass es eine Nachnutzung gibt. Und dafür muss ich es vielleicht auch reparieren oder instandsetzen in der Form, was auch eine Motivation dafür ist, sich damit zu stecken. Perfekt, also du spiegelst auch gerade sehr, ich glaube zwei oder drei Wortbeiträge wieder, die andere Leute auch schon gesagt haben. Also wenn sie das Gerät nicht an jemand anders weitergeben, hätten sie so sehr nicht schlecht zu wissen, dass sie es auch nicht machen würden, also dass sie es behalten würden, aber es landet dann auch nur im Schrank. Findet dann keine Weiternutzung. Ja, es ist, wie gesagt, okay, landet nicht in Afrika auf dem Müll, aber ja, es ist richtig, ist auch eine Motivation vieler sozusagen, das dann nochmal zu reparieren. Ist auch eine gute Motivation und ist tatsächlich sehr präsent in den Medien. Das ist halt ein Thema, es ist schwierig, also ich weiß nicht, wer Nudging vielleicht so ein bisschen kennt, wir reden viel im Uber darüber. Nudging, also eine Art der Steuerung, so Entscheidungssteuerung sozusagen. also, okay, bei dem Thema ist es halt schwierig, Leute, die es interessieren, die fuchsen sich da schon rein, aber das Problem ist ja meistens eher, dass es den Leuten, die sich dafür nicht, nur so ganz bisschen, die es nur vielleicht traurieren würden, wenn sie wirklich hilft, mehr Unterstützung, nicht unbedingt aus ökologischen Gründen, sondern aus ökonomischen Gründen. Aber ist ja egal, trotzdem die Umwelt irgendwie, wenn es der Umwelt hilft, ja, wenn es die seltene eher nicht gibt, egal, dann geht man eben über diese Richtung sozusagen. Aber also über Suffizienz zu gehen, also sozusagen verzichtet oder sozusagen ein schlechtes Gewissen zu machen, das bringt nicht viel. Also im Design sollte man halt nicht über solche Schienen laufen sozusagen, oder ja, erzählt, du warst zuerst mal, ne? Ja, vielleicht mal ganz kurz noch als Position des Advokates Diabolier. Ich glaube, die Leute, die hier sind, haben das Problem vielleicht eher andersrum. Wir lieben es ja alle, irgendwie unsere uralten Computer sozusagen bis in alle Ewigkeit weiter zu betreiben. Ja, das ist auch perfekt, also das ist gut. Das ist eigentlich klar, aber jetzt kommt es einfach so cool, dass es auf seinem Markt irgendwie eine alte Dexstation zu haben, irgendwie als WG-Rechner oder so. eine Crane verbraucht, oder eine Crane, weil das Ding, das Ding, das Ding, weil eben 400 Watt wäre. Für was man mit einem modernen Computer auch mit 2,4 Watt hinkriegen würde, mit so einem Raspberry Pi oder so. Da kann man natürlich überlegen, wie viele Betriebsstunden man irgendwie so viel Kilowattstunden sozusagen verschwendet hat im Vergleich zu einem aktuellen Rechner, dass man davon halt auch quasi schon 20 neue Prozessoren herstellen können. Ja, ich bin auch bewusst. Direkt daran angekündigt. Hast du recht? Seltene Erden sind selten und die kann man quasi abzählen. Strom, Energie kann man nicht abzählen. Solange unsere Sonne scheint, werden wir hier Energie haben. Mehr oder weniger, kommen wir einfacher ran oder weniger einfach ran. Aber wenn die Sonne nicht mehr scheint, dann sind wir sowieso alle tot. Ergo, wir sollten grundsätzlich nicht ausschließlich auf die seltenen Erden und tatsächlich anfassbare Rohstoffe achten, aber wir sollten es meiner Meinung nach schwere gewichten. Und zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, nämlich um direkt da anzuknüpfen, nicht nur die Motivation Öko, sondern auch die Motivation, das macht halt einfach Spaß. Ich behaupte jetzt einfach mal Otto Normal, der hat, der denkt sich, jetzt muss ich mich damit umschlagen, das ist total anstrengend. Also ich sehe das in letzter Zeit relativ viel auf YouTube-Werbeclips für irgendwelche Software-Schulung-Videoseiten, dass da junge, ambitionierte Leute fröhlich grinsen und sagen, oh ja, und dann habe ich ein Problem und dann kann ich das lösen und dann geht es mir total super. Die Motivation an der Problemlösung an sich scheint nicht sehr verbreitet. Ich glaube aber, dass man damit tatsächlich eine ganze Menge Leute erreichen kann und dann spielt die von dir angesprochene Wirtschaftlichkeit vorhin, spielt dann eigentlich überhaupt keine Rolle mehr, weil ich repariere das ja nicht, um kein Geld auszugeben, sondern ich repariere das, weil mir das Spaß macht. Ja, du. Und die richten sich halt an eine ganz bestimmte Nutzergruppe und der Standardmensch auf der Straße gehört die Punkt, die Punkt, die überragende Mehrzahl der Menschen sagt, so anstrengend, ich habe auch umsacküberlagen beteiligt, das war auch umsacküberlagen beteiligt, das war ein falsches Bild, weil die Geräte nicht so aussehen, weil jeder was anderes zu tun hat. Ja, das war auch umsacküber, der Standardmensch hat andere Übringungen in seinem Leben, das ist halt so. Tomische Lust. Handlinge möchte ich nicht. Ich glaube, deswegen rennt es auch auf der Haustür, und sagt, endlich wieder normale Leute. Ja, also... Ich bin schon mal gebeten, was man jetzt hat, ich bin das Gefühl. So, es kommt mir vor, nichts interessiert, sich wieder, dass ich was gemacht habe. Ja genau, die aktuelle gesellschaftliche Situation stellt Sport als etwas Tolles dar. Und die Leute quälen sich und die Medien sagen, ja hinterher geht es dir gut. Bio-Öko-Salat, was auch immer. Früher haben alle im Fernsehen geraucht und notwärtigen Schweinebraten gegessen. Heutzutage isst man Salat und geht joggen. Das ist quasi... Können wir jetzt eine große Brücke haben? Bitte? Sagt Bescheid für eine Raucherpause. Ich denke, das ist zu einem ganz großen Teil der Mode. Und ich glaube, deine Aussage, das ist halt einfach so, sehe ich nicht so. Die Menschen, Otto Normal, lässt sich sehr, sehr stark durch die Medien beeinflussen. Auch hin zu besseren Fahrräten. Hinter den Medien stehen Wirtschaftsinteressen. Und das Wirtschaftsinteresse ist nicht, ich verkaufe irgendwie 5 Elkos für 1,50 Euro und schön, sondern ich verkaufe ein neues Telefon für 800 Euro. Genau, und damit sind wir beim eigentlichen Problem. Mein eigentliches Problem ist dann, mir ist oft klar, dass das bei den Geräten, die zu hören, nur irgendein Elkos, der verlaufen ist. Ich habe nicht die Kompetenz rauszutrieben, welcher. Wenn es mir jemand sagen würde, oder wenn ich ein paar ausprobieren würde, würde ich da auch ein paar Elkos rein drücken. Das ist kein Problem, habe ich auch schon gemacht. Aber ich habe einfach weder die Werkzeuge noch die technische Kompetenz in der Elektronik zu sehen sind, welcher Kondensator hat da irgendwie ein Geist aufgegeben. Möglicherweise sehe ich, dass einer aufgebläht ist. Dann gehen wir in den nächsten Eggerspace, die helfen dir gerne. Genau, oder ich gehe eine Ebene höher und kippe mir halt bei Ebay irgendwie das Powerpoint für den Monitor, was halt die Baugruppe, nicht das ganze Display, sondern eben nur die eine Baugruppe ist. Weil ich weiß, die ist es und die kriege ich dann neue dazu, das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Also da fehlt mir dann, wie gesagt, die technische Kompetenz, ich brauche jemanden um die Ecke, der eben diese Kompetenz hat. Und das andere Beispiel, diese Spinnennetz-App bei der Freundin auf dem Handy gehabt. Und ich habe gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du machst nur ein neues Glas drauf. Das heißt, A, kriegt man es vielleicht nicht richtig runter und das Neue hat vielleicht, wenn wir es drauf gemacht haben, irgendwelche Blasen drunter oder wir haben es nie richtig sauber. Also irgendwelches Schlaugzeug. Willst du das? Nein. Also kauft du sich erstmal eine neue Display ein, lässt die sich noch nicht einbauen, sondern sagt, machst du mir das? Sag ich, okay, könnte ich probieren, aber mir fehlt wieder das Handwerkszeug, um das Handy so zu öffnen, dass es nicht kaputt geht oder hier das Vertriebte zu lösen oder sonstiges. Also gehen wir wieder in den Laden, der das für ein Betrag nichts tut, aber wenigstens dafür, ich weiß nicht, ob es eine Garantie gibt, aber wenigstens sagt, ich habe das schon 20 Mal gemacht, ich kann es relativ gut. Okay, gut, dann sind wir jetzt schon bei mehreren Strategien angekommen, die ich praktisch eigentlich auch schon verfolge, aber ich wollte die ehrlich gesagt noch nicht vorstellen, weil ich eure Ideenfeld noch ein bisschen offen lasse, also ich wollte euch nicht gleich mit in die Box reinnehmen, sondern noch ein bisschen offen lassen, aber gut, wenn ihr es schon ansprecht, dann ist es halt auch wirklich so. Also einmal Strategie, Langebigkeit durch Kompetenz und so und so, übrigens auch mal meinen Ursprungsansatz über den Hackerspace, aber irgendwie bin ich ein bisschen abgekommen, aber ja, ist noch mit drin. Also genau, wie kann man das vielleicht besser verknüpfen oder hat man eine persönliche Patenbetreuung oder so, ne? Ja, du hattest eine Strategie genannt, das habe ich wieder vergessen. Also wir hatten zwei Teile der Motivation. Ach so, Motivationsüber, genau, also, genau. Motivation über die Überschiene und über die Nachbarschiene. Genau, ja. Und soziale Möglichkeiten, ja. Genau, und das sind halt solche Positiven, die auch. Also es muss immer irgendwas sein, was ein positives Gefühl im Bauch auslöst, sozusagen, ne? Also wir als Designer gehen viel über die weichen Daten des Menschen und das motivieren, weiterzumachen, ne? Also, gut, gehen wir damit, ja? Aber ich gehe langsam hierüber. Die entscheidende Strategie ist letztendlich auch, dass, ja, das Gesetzgeber das ändern, weil ich bin eine Person, die zum Beispiel gar nicht selber gerne bastelt. Ich würde telefonieren über den Computer. Kannst du ein bisschen stiften. Oh, danke. Ja, mein Fokus ist, das Basteln will mich da auch nicht reinfuchsen. Ich weiß aber auch, dass es kein Zustand ist, dass, damit der Hersteller ein Geld verkauft hat und damit ein Euro zu verdienen, dass dann die Gesellschaft insgesamt, vielleicht Jahre später, zehn Euro damit ausgeben muss. Das ist natürlich ein Zustand, der nicht haltbar ist, der nicht nachhaltig ist. Das heißt, und die Wirtschaftsinteressen immer, wenn die Produkte entsprechend besteuert werden, dass man sagt, was kostet das wirklich und das muss der Konsument dann letztendlich auch ausgeben. Das ist meiner Meinung nach die einzige Chance, dass sich das Flächendecken ändert. Ich hoffe, so ist es nicht. Also das hoffe ich wirklich nicht. Also ich hoffe, man kann tatsächlich über den Adnutzer mehr machen. Ansonsten, also ich mache die Arbeit nicht umsonst am Umweltbundesamt. Dort werden solche Gesetzgebungen formuliert, also erstmal erforscht und ausformuliert. Und es gibt in meiner Abteilung wahnsinnig viele Vorhaben zum Thema geplante Obsolistenz, aber man kann es momentan nicht nachweisen. Das Problem ist, dass man kann das Nutzerverhalten, was die Langlebigkeit der Nutzung der Telefone ja aktiv beeinflusst, kann man so nicht nachvollziehen. Das ist ein Problem. Man könnte beispielsweise verbieten, dass Firmen zu diesen Umständen in manchen Ländern seltene Erden abbauen. Wenn man sagt, eine Firma wie Siemens oder Apple, die dürfen nicht einfach 0,2 Cent in die Stundenlunde zahlen und Kinder anstellen und so weiter, dann hätte man schon einen großen Schritt geschafft. Oder dass die Firmen diese Produkte zurücknehmen müssen, dieses Grade-to-Grade-Systeme. Die sind gezwungen, diese Geräte zurückzunehmen. Ja, wir kommen nicht voran. Ist es in Frankreich nicht schon ein Gesetz, das gegen die geplante Obsolistenz vorgeht? Ja, vor zwei Monaten verabschiedet. Ja, mal gucken. Also die sind dran. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es halt dazu in Frankreich gebetet wurde. Das ist schon ein Problem. Also ich glaube, zum Thema Langebigkeit. Es ist auch immer ein Problem gelungen, die Plante Obsolistenz tatsächlich nachzuweisen. Also es ist schon nachzuweisen, dass in diesem Drucker eine Funktion drin ist, die dafür sorgt, dass dieser Drucker zu einem bestimmten Zeitpunkt kaputt geht. War doch nicht die Geschichte mit dem Zähler? Also so, man denkt, das ist kaputt und dann kannst du eine Null in den Counter reinschreiben, der in die Seiten tatsächlich zählt. Das ist eben nicht das, was man unter die Plante Obsolistenz versteht, aus Sinne des Gesetzgebers. Der Gesetzgeber sagt, Moment, das ist tatsächlich ein Problem. Der Gesetzgeber sagt, guck mal, du darfst dir nicht begabt sagen, das Ding hält zwei Jahre, drei Monate und zwei Tage und dann ist es kaputt. Aber er sagt halt auch, du musst dafür sorgen, dass das Ding ordentlich betrieben werden kann. Und die Druckernummer ist halt so, wenn du einen Tintenstrahl-Drucker nimmst, der macht seine Düsen ab und zu sauber, hat ein Wendchen, wo die Tinte reinläuft. Und um sicherzustellen, dass dann nicht die Tinte rauschaut und das Büro versaut, sagt das Ding, okay, es kann maximal so und so viele Reinigungszügel überleben. Setz das extra ein bisschen nutriger an, um sicherzugehen, falls da ein bisschen mehr rausläuft, bla bla bla. Und schon bist du aus dieser geplanten Obsolistenz und als Hersteller bin ich ja für verantwortlich raus. Das kannst du so nicht lösen. Es kann ja keine geplante Obsolistenz sein, wenn du einfach den Tintenfänger austauschen und diesen Seitenteller zurücksetzen kannst. Dann ist er auf Drucker ehrlich verfolgt. Genau. Dann ist er nur in einem Zustand, wo er dir eben sagt, haus, doch, was wird das Tinten-Sieg aus? Jetzt wäre es schön, wenn es nur bei Tintenstrahldruckern so wäre, aber HP macht das teilweise auch bei Laserdruckern, dass die Tonerkartuschen einen Page-Counter haben und nach einer bestimmten Anzahl an Seiten geht halt nichts mehr, bis man einmal den Chip bespaßt. Dann darf man wieder drucken. Dass die Kartusche noch halb voll ist, interessiert an der Stelle eigentlich niemanden. Ich finde, wir werden inzwischen sogar schon Halberkanz haben auf dem Chip. Wenn ich so halte, wenn ich so lange im Lager sind, dann könnten wir ja die Pigmentierung in der Tinte nicht mehr hinhauen und den entsprechend nicht mehr. Okay, ich muss jetzt mal ein bisschen moderieren, sonst verlaufen wir uns. Also das hat ein riesen komplexes Teil hinter sich. Also was Richtung Gesetzgebung einerseits, andererseits wirtschaftliche Sachen. Also du kannst ja sagen, was es willst. Es ist einfach geplant. Die müssen ihr Geld verdienen. Wir sind halt hier in der Wachstumsökonomie. Auch da ist ein riesen Apparat dahinter, was noch mit anzieht, dass wir immer nur weiter wachsen müssen. Denn da muss man eben solche Strategien anziehen. Das ist halt das Problem. Also ein riesen Ding dahinter. Aber ich habe nur vier Monate Zeit, jetzt nur noch drei. Und ich möchte mich auf Endnutzer konzentrieren, weil ich nun mal Social Design mache. Also ich mache was für normale Menschen. Und ich möchte denen was an die Hand geben. Und das ist das Tool, was ich jetzt gerade habe. Und darauf werde ich mich auch konzentrieren. Und die Strategien sind eben Langlebigkeit einmal durch Kompetenzpersonen einerseits. Andererseits vielleicht einfach durch Motivation. Und jetzt ist halt die Frage, wie können wir das schaffen? Also ja. Dann noch mehr dazu. Gerne. Noch mehr dazu. Die Zugehendigkeit, das wurde auch schon zumindest im abstrakten Sinne angesprochen, nämlich offene Standards, die zugänglich sein müssen. Also Reparaturheilfe etc. Und Schrauben. Das ist halt herstellerbedingend halt sozusagen. Das ist eine Schwierigkeit. Ich habe noch keine Schraube gesehen. Warum ist da keine Schraube? Das kommt aber auf dein Handy an. Mein Handy hat Traum. Also mein Handy hat Traum. Hast du ein iPhone oder was? Nee. Diese wasserdichten Teile sind halt auch nochmal scheiße. Aber gut. Also ich glaube, es wäre doch besser, wenn wir das interaktiv machen. Sonst verwirren wir uns hier so. Also wir gehen jetzt an den Tisch und jeder schreibt seine Sachen auf. Okay. Ich habe leider nicht so viele Stifte. Das war's. Vielen Dank.